Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp. Mein Name ist Arno Burger. Wie kann ich aus einem Outlook-Element wie einer E-Mail ein anderes Outlook-Element wie zum Beispiel einen Termin oder eine Aufgabe machen? Im Prinzip ist das ganz einfach. Wenn du eine E-Mail hast und du möchtest aus dieser E-Mail einen Termin oder eine Aufgabe machen, dann nimmst du die E-Mail und ziehst sie direkt hier unten auf die entsprechende andere Komponente, also zum Beispiel auf den Kalender. Dann entsteht ein neuer Termin mit der E-Mail. Betreff ist übernommen, Inhalt ist übernommen, wenn man ganz nach unten blättert. Je nach Outlook-Version findet man dann auch noch die E-Mail als Anlage hier drin. Dasselbe passiert, wenn du die E-Mail nimmst und sie auf die Aufgaben ziehst und dort loslässt. Dann bekommst du eine neue Aufgabe mit dem Betreff der E-Mail, dem Inhalt und allem, was so dazugehört. Wenn du die E-Mail nicht mit der linken Maustaste, sondern mit der rechten Maustaste auf die entsprechende andere Komponente ziehst, dann siehst du, du kannst jetzt hierhin kopieren als Termin mit Text, als Termin mit Verknüpfung, als Termin mit Anlage. Du kannst aber auch verschieben und du kannst auch eine neue Besprechungsanfrage draus machen. Das heißt, dir schreibt jemand und möchte wissen, ob du dann und dann Zeit hast, und du sagst, ja, da habe ich Zeit, und ich schicke auch gleich eine neue Besprechungsanfrage an den Absender dieser Nachricht zurück. Der wird dann hier direkt eingefügt. Du kannst noch einen Kommentar hinzufügen und dann die Uhrzeit und das Datum festlegen und das Ganze wegschicken. Für die Besprechungsanfrage gibt es sogar noch einen etwas schnelleren Schritt, wenn du mal hier oben schaust, beim Weiterleiten. Da gibt es verschiedene Symbole, zum Beispiel auch das Symbol mit Besprechungsanfrage antworten, hat sogar noch eine Tastenkombination Strg-Alt-R. Wenn du das oft brauchst, dann kannst du es auf diesem Weg erledigen. Ich hoffe, dir hilft dieser Tipp weiter. Probier doch mal aus, aus Aufgaben Kalendereinträge zu machen und so, und schau mal, was du da noch an Fragen dazu hast. Schreib mir die dann gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich freue mich immer über eure Fragen und eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Video! Ciao, euer Arno!